Hallo zusammen, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Fahrkarten an einem Fahrkartenautomaten kaufen könnt, welche Fahrkarten es dort überhaupt alles zur Auswahl gibt, was ihr beim Kauf beachten solltet und was ihr machen könnt, wenn der Fahrkartenautomat mal defekt ist, ihr aber trotzdem mit der Bahn fahren müsst. Wo könnt ihr denn überhaupt alles Fahrkarten kaufen? Nochmal kurz zur Wiederholung, da gibt es zum einen eben am Bahnhof die Möglichkeit, dass ihr euch eine Fahrkarte am Fahrkartenautomat kauft oder ihr geht ins Reisezentrum, dort zahlt ihr allerdings in der Regel einen Zuschlag. Außerdem könnt ihr noch online Fahrkarten kaufen, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, wie ihr das mit der Fahrplanauskunft der DB macht. Außerdem gibt es auch bereits ein Video von mir zum DB Navigator, wo ihr ebenfalls Fahrkarten kaufen könnt. Des Weiteren gibt es noch Websites von weiteren Eisenbahnverkehrsunternehmen oder anderen Reiseanbietern und ab und zu gibt es auch Supermarktaktionen, bei denen die Bahn dann eben Blankotickets verkauft, die ihr dann auch für eure Reise nutzen könnt. Nun aber zum eigentlichen Thema und zwar dem Fahrkartenautomaten und da ist erstmal ganz wichtig, falls der kaputt sein sollte, oben rechts über dem Zahlungsterminal von den Karten oder auch vom Münzeinwurf, dort findet ihr die Automatennummer. Sollte der Automat defekt sein, könnt ihr euch die notieren oder ein Bild machen, dokumentieren, dass der defekt ist, wie auch immer und dann im Zug möglichst direkt selbstständig zu einem Schaffner hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne ein Ticket, der Automat war defekt, ich habe mir auch die Nummer notiert und natürlich wäre es auch cool, wenn ihr die kostenfreie Störhotline, die da eben auch angegeben ist, kontaktiert, damit der Automat dann umgehend repariert werden kann. Wenn ihr euch dann den Bildschirm vom Fahrkartenautomat anschaut, dann sieht das in der Regel so aus, es variiert so ein bisschen von dem, wo ihr seid und ihr seht direkt den Bahnhof eingetragen, an dem ihr euch aktuell befindet und auch eine Zielangabe. So, im Allgemeinen ist das Ganze in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Hier in Rot, da könnt ihr ganz normal eure Flexpreise, Sparpreise, Supersparpreise und so buchen. Das geht da am einfachsten. Dann findet ihr in dem blauen Bereich mit dem Titel Gesamtangebot eigentlich so alle Tickets, die ihr euch vorstellen könnt. Da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Beim grünen sind dann nochmal die lokalen Tickets. Das unterscheidet sich dann so von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund, was ihr dort an Tickets findet. Dann in gelb findet ihr einige Top-Angebote, wie die Bahn es nennt. Also einfach Tickets, die relativ häufig nachgefragt werden, aber halt keine Flex- oder Sparpreise sind, wie zum Beispiel die Ländertickets vom aktuellen Bundesland, in dem ihr euch befindet. Und ganz unten rechts findet ihr dann auch noch eine Fahrplanauskunft, wenn ihr kein Ticket haben wollt, sondern einfach nur wissen, wie ihr von A nach B kommt. Außerdem könnt ihr unten noch die Sprache umstellen, falls ihr das Ganze lieber in einer anderen Sprache haben möchtet. Zum Beispiel auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Türkisch. Wir gehen jetzt mal in den roten Bereich und wollen einfach mal ein Ticket buchen, in dem Fall von Hasslach nach Berlin-Friedrichstraße. Wenn wir dann eben auf das Nachtippen, dann kommt so eine Tastatur und wir können hier eben dann eintippen. Und ihr seht auch schon, Buchstaben, die es nicht gibt, die sind ausgegraut. Außerdem kann man oben eben vom Reisegebiet nur Deutschland auch noch auf Europa umstellen. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel aus Deutschland rausreisen wollt, dann müsst ihr das machen. Und auf der linken Seite sehen wir direkt die größten Orte, die eben mit den bisherigen Eingaben übereinstimmen, angezeigt. Da können wir jetzt auch direkt auf Berlin drauf tippen, bekommen dann eben eine Auswahl. Und wenn wir dann Berlin-Friedrichstraße ausgewählt haben, klicken wir einfach auf Weiter. Weiter geht es dann, indem wir auswählen können, ob wir nur einmal fahren wollen, hin oder zurück, oder das Ganze als Zeitkarte-Mah-F-Verkehr. Wir wollen jetzt aber nur einmal fahren, das Ganze in der zweiten Klasse. Und wir schließen da jetzt auch erstmal keine Zugtypen aus. Dann kann man auswählen, wann man denn reisen möchte. Wir wählen in dem Fall ein anderes Datum aus, klicken da rechts drauf und kommen dann in ein Menü, in dem wir dann das gewünschte Datum und dann eben auch im Anschluss noch die Uhrzeit auswählen können. Entschieden habe ich mich hier jetzt für eine Reise am 10.01.2023. um 8 Uhr. Weiter geht es dann mit der Auswahl der Reisenden, wie man das eben auch dann vom Online-Ticket buchen kennt. Hier wird man halt so Step-by-Step durchgeführt. Wir fahren jetzt hier mit einem Erwachsenen. Was man direkt sieht, der Sparpreis Young oder Super Sparpreis Young für unter 27-Jährige ist hier nicht explizit aufgeführt. Wenn man den möchte, ist eine Buchung über den DB-Navigator oder eben online über die Website der Bahn sicherlich empfehlenswerter, wenn man den dort dann eben besser bekommt. Anschließend kann man noch auswählen, ob man irgendwie eine Bahn-Bonus-Karte hat oder auch eine Rabatt-Karte, wie die Bahn-Karte 25 oder 50 und dann das Ganze für die erste oder zweite Klasse. Ich habe hier jetzt mal eine Bahn-Karte 25 eingetragen. Wenn ihr keine habt, dann tragt ihr da logischerweise auch keine ein. Wichtig ist eben, wenn ihr Bahn-Bonus-Punkte sammeln wollt, dann müsst ihr da auch eine Bahn-Bonus-Karte angeben. Wir gehen dann weiter und bekommen dann auch die ersten Angebote vorgeschlagen. Und was direkt eingeloggt ist, ist so von der ersten Abfahrtmöglichkeit der Flexpreis für 104,45 Euro. Wollen wir natürlich nicht. Ist uns zu teuer, weil wir sind flexibel, wir wollen möglichst günstig fahren. Und deswegen klicken wir hier auf die 17,90 Euro. Da öffnet sich dann nochmal ein Menü, wo die einzelnen Preise für diese Verbindung eben aufgeführt sind. Also Supersparpreis, Sparpreis, dann das Ganze nochmal für die erste Klasse und auch nochmal der Flexpreis. Was es damit auf sich hat, dazu gibt es ein Video, das ich euch hier auch nochmal verlinkt habe. Wir wählen jetzt hier für 17,90 den Supersparpreis und klicken auf Weiter. Dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit anzugeben, ob wir Bahn-Bonus-Punkte sammeln oder nicht sammeln wollen und ob wir eine Sitzplatzreservierung wollen. Und zur Demonstration entscheide ich mich hier jetzt mal für eine Sitzplatzreservierung, auch wenn ich in der Regel als Alleinreisender der Meinung bin, dass man eigentlich immer einen Platz findet und deswegen keine Sitzplatzreservierung braucht. Wenn man dann einen Sitzplatz reservieren möchte, dann bekommt man hier eine Übersicht, wo man dann Präferenzen angeben kann, in was für einem Bereich man sein möchte. Kleinkind, Familien, Abteil, Großraum, Großraum mit Tisch, wie auch immer. Ich habe mich jetzt hier mal für einen Abteilbereich mit Fensterplatz in der Ruhezone entschieden und auf Bestätigen geklickt. Und wie man sieht, es gibt hier in dem Fall keinen verfügbaren Abteilbereich. Deswegen ist hier das Ganze in Rot hervorgehoben und ich werde auch nochmal gefragt, was ich jetzt tun möchte, ob ich überhaupt reservieren möchte oder nicht. Stattdessen wurde mir hier jetzt ein Platz im Großraum für die Ruhezone am Fenster zugewiesen. Was man auch direkt bemerkt, im Gegensatz zum Online-Buchung, kann man hier jetzt sich den Platz nicht konkret selbst raussuchen, sondern er wird einem eben zugeteilt. Wir entscheiden uns jetzt hier trotzdem für die Reservierung und bekommen hier dann im Anschluss nochmal eine Übersicht über unsere ganzen Eingaben, was wir so gemacht haben und den Gesamtpreis und klicken auf Bezahlen. Ja und dort haben wir dann eben die Möglichkeit mit den angegebenen Zahlungsmitteln, das Ganze zu bezahlen. Wichtig ist, bei zu kleinen Beträgen sind 50 oder 100 Euro Scheine nicht zugelassen, eben weil der Automat nur Münzen als Wechselgeld gibt. Man kann aber natürlich auch einfach mit der Karte zahlen und wie man sieht, auch DB-Gutscheine oder Bahncard-Lastschriften sind möglich. Gut, wir gehen wieder zurück zum Hauptmenü und als nächstes ist die Übersicht vom Gesamtangebot dran. Da landet ihr dann hier in der Übersicht. Die Beschreibungen der einzelnen Punkte sind eigentlich relativ selbsterklärende, also unter Freizeit und Aktionen. Da findet man einige regionale Angebote, zum Beispiel das Baden-Württemberg-Ticket. Dann Spezial- und Sparangebote. Da landet man in der Regel einfach bei Sparpreisen, Super-Sparpreisen, Sparpreis Europa und so, die man eben auch so buchen kann. Dann gibt es hier nochmal ein extra Feld für Geschäftsreisen. Dann für Service- und Zusatzfahrkarten, zum Beispiel Weiterfahrkarten, Platzreservierungen und so weiter. Was ganz interessant ist, ist das Angebot nochmal nach Bundesländern. Dort hat man dann eben nochmal eine Auflistung der einzelnen Bundesländer, kann da draufklicken und sich nochmal spezielle Angebote für diese einzelnen Bundesländer, wie auch eben zum Beispiel die einzelnen Ländertickets anzeigen lassen. Dann findet man hier auch nochmal direkt einen Reiter für Gruppenkarten, für Deutschland-Tarif und andere Tarife. Dann Zeitkarten im Nahverkehr, wenn man eben nicht nur einmal, sondern eben regelmäßig unterwegs sein möchte. Und dann kann man hier auch noch vorbestellte Fahrkarten, zum Beispiel von Rail & Fly abholen. Dann im grün markierten Bereich, also dem Bereich von den Verkehrsverbünden, dort findet ihr dann eben nochmal das entsprechende Angebot. Dort könnt ihr draufklicken und was dann kommt, das sieht je nach Verkehrsverbund anders aus. Ich habe hier jetzt einfach mal draufgeklickt, damit ihr ein Beispiel seht, aber da müsst ihr euch dann selbst drum kümmern, was genau ein Verkehrsverbund ist. Dazu gibt es auch nochmal ein Video, welches ich euch hier verlinkt habe und ansonsten wäre ich hier jetzt auch am Ende mit meinen Erklärungen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.